Herzlich willkommen zum e-Tutorial zum Thema Zeitschriftensuche im Katalog. Von der Webseite der Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg aus können Sie im Katalog nach Zeitschriften suchen und wir zeigen Ihnen jetzt, wie die Recherche funktioniert. Auf der Webseite klicken Sie Suche im Katalog OPAG Plus an. Wählen Sie bitte aus, wo Sie bestellte Bücher bzw. Zeitschriftenbände abholen wollen und klicken Sie auf Recherche. Im Katalog ist immer nur die Suche nach dem Titel der Zeitschrift, nicht aber nach einzelnen Aufsätzen möglich. Geben Sie die aussagekräftigen und sinntragenden Wörter des Zeitschriftentitels in das Feld Titelwörter ein, zum Beispiel Ethik, Medizin. Bei den zusätzlichen Suchoptionen gibt es rechts ein Pull-Down-Menü, Erscheinungsform. Wählen Sie hier die Rubrik Zeitschrift, Zeitung. Betätigen Sie nun den Button Suche. Ihnen werden zehn Treffer angezeigt. Der mit einem Ad-Zeichen markierte Treffer führt Sie über den Button Volltext zur elektronischen Ausgabe der Zeitschrift. Als Studierende oder Mitarbeitende der FAU können Sie, sofern Sie einen VPN-Zugang besitzen, auf die abonnierten Jahrgänge der Zeitschrift sofort, auch von zu Hause aus, online zugreifen. Der mit einem Bücherstapel markierte Treffer führt Sie zu den gedruckten Bänden der Zeitschrift. Klicken Sie diesen Titel an, werden Ihnen alle Details der Zeitschrift und die Signaturen an verschiedenen Standorten angezeigt. Der Button Einzelbände führt Sie dann noch zu einzelnen, teilweise ausleihbaren oder bestellbaren Jahrgangsbänden. Durch Klick auf die Signaturen bekommen Sie Informationen über Nutzungsbedingungen und Adressen der einzelnen Standorte. Weitere Informationen und Auskünfte erhalten Sie über die Online-Auskunft auf der Webseite der Universitätsbibliothek.